Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Minecraft-Folde-Folge Badwoss. Mittlerweile mal wieder eine Zelt-Hooks, der rastet ja hier wieder voll aus. Ja, ich bin auch noch wieder mit dabei und schlürf gerade mal schnell noch meinen Acht-Mail zu Ende, damit ich richtig on fire gleich bin. Ja, machen wir abgefahren, ne? Genau. So Leute, jetzt sehen wir hier auch die Map, die wir heute spielen werden. Ui, schön im Ruhrwald, ne? Ich verstecke mich dann da oben auf dem Baum, mit ein paar Pfeilen und wenn dann jemand kommt, baller ich den ab. So machen wir es, okay? Nein, wir bauen erstmal eine Base, würde ich sagen. Ja, natürlich. Und dann brauchen wir auf jeden Fall wieder Alarm. Ja, da kümmere ich mich drunter. Hey, let's go. Okay, let's go. Wenn jemand kommt, dann baller ich den ab. Oh, ich bin gestorben. Ich bin noch nicht eingespielt, auf jeden Fall. Das merkt man nicht. Das ist ein Wuch ist aus der Welt geweint. Gut, du baut uns das Bett ab und zerstört. Ich würde halt in Clank of the Virgin, aber ich darf halt nicht auf den Star Wars gleich gewandt. Oh, nee. Okay, hab Diamanten. Nein. Ich warte, dass es vier sind. Geh, was her. Na, 20 Sekunden, das ist so lange, da könnten die mir schon gefüllt haben. Ich geh, komm mal hier in den geiler Shop. So, leben und sind Gegner. Und der anderen Base, weiß, brust du, brust du. Ja, ich baue wieder unsere Base und Bissler. Warte, ich hole schon mal Verbesserung. Ja, mach doch. Verbesserte Wüstung. Ich hatte gerade auch Angst, muss ich sagen. Oh, Rosa lebt noch? Ich geh mal dann auf Rosa schnell, okay? Da sieht man, dass die nicht zu unserem Diamanten vorne kommen können. Also, wenn die Diamanten haben, dann springt die Diamanten rein. Ah, hat schon Feuerbälle. Wieso? Weil die uns wegsprengen sollen. Rot ist auf jeden Fall auf dem Weg, glaubt ihr, Herr. Weil Rot hat kein Bett mehr. Das wär schon dumm, jetzt da reinzustürmen und einen Suba-Duba-Laden. Der Suba-Duba-Geselte. So, weiß kommt auch noch dazu. Okay. Ich mach mir jetzt mal ein geiler Schwert, ein geiler Diamant. Nein, ich hatte das Bett fast abgebaut. Zu 90% hol mir mal Verbesserte Wüstung und sowas. Ach, das bist du. Ich hab drei Diamanten wieder. Das heißt, wir haben vier. Ich hol mal verbesserte Schwerter. Ja, ich hab jetzt schon ein paar Schwerter in die Kiste getan. Oh. Das andere Team. Ist hier, ist hier, ist hier. Ach, du bist das. Ha, 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 ha. Hast du noch nicht gesagt? Es, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Er hat mir noch in die Luft geschwenkt. Gleich, dann geschwenkt. Nee, das machen wir heute mal nicht aus, sonst. Du gröbst er hier wieder rum. Hat er jetzt schon grad wieder gewacht? Ich weiß einfach mal. Heilpool platziert bei uns. Das ist gut. Hab das Bett von dem Team, Rosa. Ich denke immer, die kommt zu uns. Hab ein. Oh, hier wird gesprengt. Da sprengt jemand das Bett hoch. Bei uns. Nein, nein. Beim anderen Team. Rosa. Team Rosa hat sein eigenes Bett, so sah es aus, hochgesprengt. Nee, das war weiß, weil ich hab das durch, und weiß hat's nicht mitbekommen. Ach so. Rot hat mich schon wieder, ey, ich hasse das. Alarmanlage. Ah. Ich mach Alarmfalle. Nimm das hier, nimm das hier, nimm das hier. So, ja, wo die gewinnen? Die. Hast du diesen Weg hier hingebaut? Ah, nee, jetzt zu der anderen, wer ist, ich hab gedacht, das wär der Weg zu uns. Ich hab's so dermaßen beschwert. Ab weiß einen. Gut. Der eine haut da ab. Der eine haut da. Grün haut ab. Grün haut ab. Ja, ich lass mich noch zu holen. Will nämlich sein, das machen wir voll grün schnell. Das ist so dermaßen hart, das ist mein Grünesieck. Weil hat der Hingel so ins Ohr. Und ich hab die ja schon. Ab einen, hab den grün. Warte, weiß, äh, push. Weiß push. Ja, perfekt. Ach, es war wichtig. Ab einen. Einen blauen. Ich versuch jetzt noch den weißen zu holen. Aber das könnte schwer werden. Boah, ist schon wieder. Du kleiner. Hat sich an meines Maragden bedient. Das gibt das. Ab ihn. Ja. Ja, das hat so viel gebracht. Ich hab so viel bekommen. Ich muss hier weg. Bevor ich getötet bin. Ich muss mal in den Hausen. Bist du das? Ja. Ja, ja. Das gleiche, das gleiche. Das gleiche. Komm her, mein blauer Freund. Wo war das denn nochmal? Komm her. Komm her. Ja, komm. Verstärkte Rüstung. Äh. Ab ihn. Ach, hast du schon? Verstärkte Rüstung geholt? Nein, ich hab ihn geholt. Oh, mir fehlt ein Smaragd. Und da ist er. Der weiße wird jetzt weg sein. Sind die Gegner eher schlecht? Ja, also für mich. Ich finde sie schlecht. Hab gerade einen geholt. Dann gehe ich. Ich gehe auf weiß. Komm, wir gehen auf weiß. Wir gehen auf weiß. Wir gehen auf weiß. Weil die könnten uns gleich Ärger machen. Auf weiß. Ja, dann gehen wir auf weiß. Hab einen. Hab einen der weißen. Oh, oh. Wir haben richtig gutes Zeug. Ich seh's. Ich bin nicht blind. Da war einer vom anderen Team. Wir haben noch einen. Ich hau lieber bei zwei Smaragd ab. Und ich weiß, wie das ausgeht. Ich werde so der Bafen weggefallen. Das war gut. Ich hole jetzt hier. Ja, ich sterbe jetzt. Ich bin tot. Nein, ich hab ihn. Ja. Oh mein Gott. Ich bin der beste Spieler. Richtig die Party ab in der Wette eben. Oh, ich hab mich mal selbst umgepackt. Ja. Ich hab ein Smaragd. Ich geh mal hier zu dem. Oh, hab ihn richtig. Ich hatte keine Lust mehr. Er ist weg. Und ich wäre fast hier runtergeflogen. Er ist weg vom Fenster. Ich wollte ewig geil abkürzen. Und er hat mich fast hingehen. So, ich hab jetzt drei. Ich hole noch mal ein. Ich hab vier Smaragd. Ich kann's dir geben. Ich hab fünf. Und noch zwei im Dingens. Brauchst du dich da lang? Ne, das ist Eider des anderen Teams. So. Ich komm grad zu dir. Ach, bist du hier? Ich bin hinterher. Ja, gut, gut, gut. Ich hab schon wieder etwas entgegelt. Ich geh jetzt mal ein bisschen pushen, weil jetzt kann eigentlich... Ja, ich spurschätze. Ich geh jetzt auf Grün sein. Als gecheckt, als gecheckt, als gecheckt. Ich hab zwei Sachen abgebaut, ich muss schnell kommen. Ja. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich kann noch mal versuchen abzubauen. Bis du hord bist. Gut. Ich hatte grad gedacht, er ist ein Gegner. Ne, das war echt, der sich selbst Schaden zugefügt hat. Sie sind beide hier. Achso, ja. Rentner mein Name. Die sind ja wie die letzten Rentner, gehen die ab. Einer dead. Ja. Den anderen hab, äh, hab... Nice, nice. Hab beide geholt. Du hast... Ja, perfekt, Jonas. Maschine. Maschine. Und jetzt noch schnell zu dem Bett. Ich probier mal das Geschenk, ob das was bringt. Bring einfach... Nee, ich hab gedacht, das... Bringt mir irgendwie Heel oder so. Geh zu einem anderen Rentner. Was haben die hier gebaut? Sehr gefühlt halb Hux. Hux, du huck da. Gut. Ich bin tot. Ja, dann sollen halt nach Buxtehude kommen. Hier wohnt nur einer. Und die kriegen... Ja, Montana. Nein, ich muss jetzt mal tatsächlich mal gucken, dass wir, ähm... Ich muss mir... Ich kaufe mir mal einen, ähm... Bogen. Guck mal, unser Bett an. Gegner. Ah, ne, du schon wieder, Mann. Ich fliege hier immer runter so geil, weißt du. Das ist schon... Ich mache hier oben Aufsicht, okay? Ich bin ganz hier oben. Kann ich auch so Wasser vielleicht über uns das Bett machen? Ja, ne. Oh. Ja, ich habe uns das Bett gar nicht richtig zugebracht. Und ich habe überhaupt kein... Ah, hier. Und ich habe überhaupt kein... Ah, hier. Baue ich hier wie so ein Ding rum. Hab einen roten. Hab einen roten. Und grün verfolgt. Gut. Nichts gut. Oh, wir sind safe. Hier kommen beide. Ja. Also, ich kaufe jetzt noch ein paar Wassereimer, weil dann... Hilf mir mal bitte. Ja, ich helfe dir so. Der hat sich... Der hat sich einen goldenen Apfel reingehauen. Ja. Also, das ist dumm, ne. Der hackt. Also, das kannst du mir nicht erzählen. Ich fick ihn dreimal und er bleibt einfach auf dem Boden stehen. Und das Bett gut eingebaut ist. Äh, mit Wasser. Weil das ist schon ein bisschen frech. Die werden dann nicht vom Wasser weggespült. So, ich renne jetzt einfach durch. Warte, ich töte... Mach das. Ich versuche jetzt... Ich gucke jetzt noch einmal, ob er hackt. Und dann... Ja. Jetzt wieder aus. Ich bin in Serien Base. Komm, bitte. So, ich brauche noch ein paar... Äh... Ich kann so sofort... Ich mach nur noch unsere Base ein bisschen sicherer. Weil, wenn die... Hier sind... Und wir... Nein! Die Base ist von denen so offen. Nein, das Bett ist offen. Ich hole mir noch ein bisschen Wolle. Ja. Dann komme ich... Sollte ich mir jetzt mal mithelfen. Ich war schon dreimal da und hast gesagt, ja, ich komme. So, jetzt komme ich wirklich. Oh, da hat sich hier in Tee gesetzt. Nein. Hab ihn, hab ihn. Hey, hab ich ihn. Wenn er mich holt, das macht keinen Sinn. Da ist der eine. Ich versuche ihn zu holen. Ein geiler Bogen. Der Egnar kommt. Jetzt schnell. Der versucht mich wegzurandalieren. Ich bin gestoppt. Auf das Bett. Gut, gut. Ich suicide, ich suicide, ich suicide. Damit ich zu dir bekomme. In unser Base ist es dumm, hier rein zu... Er ist hier oben. Äh, da oben ist er. Der versucht... Der healt sich jetzt richtig. Ich hole mal was. Schauen wir mal ein besseres Schwert schnell. Hä, der kriegt auch keinen Knockback. Alarm. Ja, das ist ja auch nur der, der den Alarm auslöst. Pass auf, er ist hier. Ja. Komm, hau ihn, hau ihn. Es won't. Es ist 1 HP oder so. Es ist 1 HP. Hanna. Hab ihn. Base ist sieg. Sieg. Jawoll. Hat er verlassen? Ja. Mach ständig jetzt zu mir. So sieht ein Sieger aus. So sieht ein Sieger aus. So Leute, das war's auch für die heutige Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo. Und die, ja, heute rastet einfach aus. Ach ja. Äh, was willst du noch mal was sagen? Nö. Bestellt euch ne Pizza. Ja, tschau. Tschüss.